Ex-FDP-Chef Gerhard ist tot. März für kurzfristige Zurückweisungen bei Migration. Und. CDA warnt vor Fokus auf Migration. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, dem 13. September. Der ehemalige FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhard ist tot. Auf X trauert die FDP um ihn. Wir trauern um Wolfgang Gerhard. Der ehemalige FDP-Parteivorsitzende, Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion und jahrelange Vorstandsvorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung ist heute im Alter von 80 Jahren verstorben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie sowie seinen Angehörigen und Freunden. Auch Verkehrsminister Volker Wissing hat sich zum Tod des Ex-FDP-Chefs Gerhard auf X geäußert, im Tiefer Trauer und Anteilnahme gedenken wir Wolfgang Gerhard. Ein großer Liberaler, der sich in rund 60 Jahren FDP-Mitgliedschaft stets um unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft mit Hingabe gesorgt und bemüht hat. Nicht mit lauten Worten, sondern mit klaren Argumenten. Friedrich Merz hat in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe eine mögliche Lösung für den Streit in der Migrationsdebatte vorgeschlagen. Zurückweisungen an den deutschen Grenzen seien kurzfristig der einzig effektive Weg, um die irreguläre Migration nach Deutschland zu beenden, sagte Merz. Wenn es der Ampel so schwer fällt, das zu akzeptieren, dann schlage ich vor, dass wir diese Zurückweisungen ab dem 1. Oktober zunächst für drei Monate lang vornehmen. Allein die Signalwirkung dieser Maßnahme werde den Zustrom nach Deutschland in kürzester Zeit stark reduzieren. Der designierte neue Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke, warnt seine Partei vor einem zu starken Fokus auf dem Thema Zuwanderung. Als CDU dürfen wir uns nicht selbst verengen auf Migrationsdebatten, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Dass Arbeiterinnen und Arbeiter bei den vergangenen Wahlen am häufigsten für die AfD gestimmt hätten, habe auch soziale Ursachen. Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU Nordrhein-Westfalen, bezeichnete Deutschland als Einreiseland. Die Ampel wolle die irreguläre Migration gar nicht beenden, das teilte er auf X mit. Die Bahntochter Schenker soll an den dänischen DSV-Konzern verkauft werden. Martin Schirdewan, Vorsitzender der Partei Die Linke, kritisiert den Ausverkauf des Tafelsilbers und warnt vor den Folgen für die Beschäftigten und die Bahn. In einer Pressemitteilung. Die Ampel verschärbelt Schenker für läppische 14 Milliarden Euro, obwohl die Bahntochter in den letzten zwei Jahren mehr als 3 Milliarden Euro verdient hat. Nach Telekom und Postaktien macht die Bundesregierung nun weiteres Tafelsilber zu schnellem Geld. Weil man kurzfristig Milliarden braucht, verhökert man Besitz, der auch langfristig viel Geld bringt. Das hat mit vernünftiger Wirtschaftspolitik nichts mehr zu tun. Wie das Verteidigungsministerium auf X mitteilte, bestätigte Verteidigungsminister Boris Pistorius die Durchfahrt der Fregatte Baden-Württemberg durch die umstrittene Straße von Taiwan. Es sei der kürzeste und aufgrund der Wetterlage sicherste Weg. Internationale Gewässer seien internationale Gewässer. Bei einem neuen Schlag gegen ein weit verzweigtes mutmaßliches Pädophil-Netzwerk sind sieben Tatverdächtige festgenommen worden. Nach Angaben der federführenden Generalstaatsanwaltschaft Bamberg kamen diese in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten. Zudem sei eine als musikalisch Talentförderung getarnte Online-Plattform, die der Kontaktanwarnung zwischen Pädophilen und Minderjährigen gedient habe, vom Netz genommen worden. Die Zahl der Beschäftigten an den deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken ist im vergangenen Jahr leicht auf rund 792.300 gestiegen. Dies sei 0,6 Prozent mehr als noch Ende 2022, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Im nichtwissenschaftlichen Bereich wie Verwaltung, Bibliotheken, technischen Diensten und Pflegediensten waren 2,1 Prozent mehr Menschen tätig. In der deutschen Industrie gibt es mehr Kurzarbeit. Die Zahl der Firmen, die von Kurzarbeit berichten, lag in einer Umfrage des Münchner IFO-Instituts im August bei 14,3 Prozent. Im Mai waren es erst 12,5 Prozent. 23 Prozent der Betriebe gaben an, in den kommenden drei Monaten Kurzarbeit zu erwarten. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Samstag sind anhaltende Regenschauer zu erwarten bei einer Tiefstemperatur von 11 Grad. Der Samstag zeigt sich überwiegend bewölkt bei einer Höchsttemperatur von 17 Grad. Am Sonntag ist erst am Abend mit Regen zu rechnen bei einer Höchsttemperatur von 18 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017